ja ich bin dumm also hattest du die Frage schon mal geklärt? ja ja die Bildung ich will grad Coin Faker ne ok ja auf mein Laptop ja das war ja die 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 We're going to landen. We're going to landen. Untertitelung. BR 2018 Weißt du was, ich kaufe mir jetzt ein Auto. Aber ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll. Ich habe 500.000. Oh, was soll ich mir kaufen? Ich habe 510.000. Ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll. Ich könnte mir ein gepanzertes Auto holen. Bein mal, was ist der? Ich könnte mir den holen. Äh, ich weiß nicht, was ich mir holen soll. Bein mal. Ah ja, ich könnte mir den holen, aber gepanzert. Aber ich weiß nicht. Oder soll ich mir den anderen holen? Bein mal. Oder ich hole mir den. Den da. Ach komm, ich kaufe mir den. Ja, jetzt sind die 90.000. Jetzt hoffe ich ein bisschen warten, bis mal ein Auto kommt. Wie heißt du dein Kölnmeister? Spielst du das auch? Ja. Warum? Ich heiße ja immer. Okay, dann habe ich dich einmal angesprochen. Ich bin ein Gast mit dem. Hey, ich habe Facebook. Was? Ich habe Facebook. Geht aber nicht. Schon. Warum? 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 Ich habe mich hier. Ich habe mich hier gelesen. Ich habe mich hier. Ich habe mich hier gelesen. Nein, Mann! Ich wollte Garage betreten. Wo ist mein neues Auto? Da hinten. Ein kleines Kaffenset. Dann mach ich mir dies auch gut. Ich hab hier noch eine Mailkarte. Ich hab hier noch eine Mailkarte. Ich hab überlegt. Tja genau. Er lebt ja auch die Wände. Ich hab hier noch eine Mailkarte. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Was? Hast du gerade wirklich eine Mailkarte schon geholt? Ja. Wirklich? Ich hab ein Gratis. Ja. Irgendwann. Ja. Ich geh auch schon zu Elfen. Nimm mal die Mailkarte zurück. Ähm. Ich mach mal die Leberabdeck. Nein. Ich lass dich mal nähern. Du bist in der Sau. 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 Hier alle haben wir bei Wurz. Das war's für heute. Ich kann es nicht mehr aufhören. Wir können es nicht mehr aufhören. Ich habe die stärkste Festung überall, Papa.